Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Bedrohs hier auf dem RevanSite.TV-Server. Und Mini, was wolltest du schon immer mal der Zuschauer anzeigen? Lass das jetzt einfach raus. Ist ja nicht so viel jetzt. Eigentlich, dass sie geil sind. Ist ja auch geil, Mini. Ja, aber halt nicht so wie die... Das sieht sich geil bei dir dann eigentlich auf Fett. Könnt sich deine Stimme nicht an, als wärst du richtig Fett. Ja, Betty, das ist schlau eigentlich, wenn ich anfange mit Einstandes zuzubauen, dann knall du noch einen normalen drüber. Das ist eine gute Taktik. Entschuldige mich, dass ich deine Einrichtung. Hast du noch ein Stein, Mini? Oh, du bist ja gestorben. Bin ich gestorben. Na, schon, chat. Hä? Hä? Ja, was steht da da? Hä? Ja, was steht da da? Haha, jetzt müssen wir mal was gedacht. Ja, das bist du gestorben. Schlitz doch. Stimme-Teil. Maus-DP ganz hoch. Ich kann halt noch immer easy gewinnen, ja. Oh. Oh. Ich schätze da unter. Ein gutes Spiel wünscht euch. Tuberkulose. Das ist gar nicht so schlecht, da wir drüber bemerken. Tuberkulose ist ja geil. Si. Du bist ein bisschen zui. Es ist schwer für mich. Das ist schlecht für mich. Eine für mich. Das ist schlecht. Wir machen uns auch darauf, dass ich nicht richtig klasse. Der ist halt auf einer Website gestanden. Dung-Kumrode an. Dung-Kumrode an. so ein gelbes Tod bin ich übrigens also falls er in den West ich will sich jetzt hier fahren gemacht hätte dass da keiner mehr ist es aber aber das war gar nicht ruhig hinwollte und zu grün kann ich ja wohl gehen oder oder ich war auch ein roter zu kursen der Platz mehr aber ich bin die Blöcke zu wenig Geld alle YouTube kennt die ich so schlecht gemacht ich bin so ich habe noch den Fallschatten gekriegt von den Blöcken wo ich vorbei geflogen bin das ist denn das für ein Blöcken ja das ist für mich aber schon mal einfach keine Anti-Hack-Plugins, so wenig Plugins wie möglich aber Bugs reinhauen das ist jetzt recht gut sein so ist es das beste Bett das Plugin das es gibt derzeit finde ich wenn es behind me fuck ich hab das Bett freigebaut aber dann noch verguckt man ich hab's gesehen diese schöne blaue Bettdecke alter ich hätte dir nicht mal ungern wenn sie schon vermeintlich runter geflogen sind der Brot ist richtig aufgestockt die Kürze ja das Grün auch ja das Grün auch ja das Grün auch wow fuck warum das wäre so richtig komisch geworden ja richtig komisch oder mein Gott ja gut hier sie sieht oder meine hier sie auch für dich wenn sie gefahren hat würde ich mich über eine positive Bewertung wirklich sehr freuen viel Spaß auf YouTube noch und bis zum nächsten Mal tschür tsch tschü tschür auch von meiner Seite tsch